Ja, jetzt sind wir wieder mal Mittwoch, ein wenig windig ist heute und schauen wir mal wie das wird. Weißt du das? Ja, jetzt könnt es ja steiler auch noch werden. Ja und so erreichen wir mit genügend Abstand das Erde-Zwischenziel. Ja, ja, ja. 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 Ja, und so weiß. Ja, ja. Dann mache ich auch nicht. Was ist die Tasche jetzt runtergekommen? Ich habe keine Wind. Bist du auch nicht? Ja, warum nicht? Wir, die kleinen Garten, spritzen es aus rund um die Ecken. Die Garten wird glücklich. Die Garten wird glücklich. Die Garten wird glücklich. Das war's für heute. Hehehe Sindoktabos 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 Ajoooo Jetzt ist es nicht mehr weit Geedepot Untertitelung. BR 2018 Bergeil, 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 Bergeil. Bergeil, Bergeil. An imaginären Schnaps. Imaginären, klub, klub, klub. Ein Imagenär. Der Helle, unser Schrifti, tut heute was rein, wieviel. Schreib schon vor. Schreib heute was g'sleit. Geht's noch nicht weiter, oder was? Hoppe. Auch so bicker, da kannst du's ja nicht einmal g'scheit reinlassen. Geht schon, Achtung, fertig, los, geht schon, los, los, geht schon, los. Wohh, das ist eine gute, schaue, 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 schaue. Ohhhh! Manchmal muss man andere Wege gehen. Jawohl! 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 Ja! 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 Jetzt wird es erst steil, jetzt geht es leichter. Was hat er gesagt? Da wird das rein und aus, weil es jetzt noch hoch ist. Da wird es aber nicht besser, da ist es überhaupt nicht. So ein grosser Abstand, so ein grosser Abstand. So ein grosser Abstand. Einde gelinde. Superwurst.